Ich bin so ein Einzelbeutler, Alleingänger, weißt du. Und wie machst du das mit den Freunden? Ja, wenn du so eingeengt bist in deiner Arbeit praktisch. Okay, eingeengt ist verkehrt, weil du sagst, du bist süchtig danach. Aber gerade weil du so nach dieser Arbeit süchtig bist. Wie machst du das mit Freundschaften zum Beispiel? Du hast doch gar keine Zeit meiner Meinung nach für Freunde irgendwie. Oder doch? Es gibt immer wieder Wegbegleiter, meistens sind das dann Frauen natürlich. Wirkliche Freundschaften gibt es für nichts. Warst du verheiratet? Nee, du? Ich ja. Ja, ich ja. Warum nicht? Das ist eine schöne Episode des Lebens. Ja, hier probe ich immer. Ah, hier? Ja, probier. Na. Hast du noch Lust mitzukommen? Na, eigentlich nicht so. Und vor allen Dingen störe ich dann nur. Na gut. Das war's für mich. Nichts. Entschuldigung. Also warary häufig von depthokortsraum.